Herzlich Willkommen in Rumänien. Der Ferienort Mamaya ist über die Suar-Erui-Autobahn mit dem Flughafen Ottopenj verbunden. Herrliche Landschaften begleiten Sie auf Ihrer Reise vom Flughafen zum Hotel. Mamaya liegt in der Nähe der Stadt Konstanza, einer der ältesten Städte Rumäniens, die vor mehr als 2700 Jahren von den Griechen gegründet wurde. Darüber hinaus ist Konstanza derzeit eine der wichtigsten Städte Rumäniens mit einer Bevölkerung von über 280.000 Einwohnern. Die Sommer sind in dieser Gegend sehr heiß. Das Hotel Victoria befindet sich im Herzen des Ferienortes Mamaya, direkt am Meer. Die privilegierte Lage, die es genießt, ermöglicht den Touristen sowohl das Schwarze Meer als auch den Siouxet-Giolsee von seinen 327 Doppelzimmern und 10 Appartements aus zu bewundern. Sobald Sie im Hotel Victoria ankommen, können Sie einen der großzügigsten Privatstrände des Ressorts genießen, der speziell für Sie entworfen wurde. Hier finden Sie ein Schwimmbad und eine Strandbar, wo Sie kalte Getränke und Snacks konsumieren können. Mehr als 700 bequeme Liegestühle mit Sonnenschirmen und kleinen Tischen, Sportplätze und ein Spielplatz für Kinder warten auf Sie. Jeden Tag haben wir auch ein Animationsprogramm für Sie vorbereitet. Alle unsere Gäste erhalten eine kostenlose Sonnenliege, Getränke und Snacks am Strand. Wir haben zwei Restaurants mit zeitgenössischer Architektur. Viktoria bzw. Rina. Hier können Sie traditionelle rumänische Gerichte, aber auch internationale Gerichte genießen. Ob Sie Frühstück, Mittag- oder Abendessen einnehmen, die Speisekarte in unseren Restaurants ist vielfältig und wird in Form eines All-Inclusive und schwedischen Buffets serviert. Die besten Köche kochen jeden Tag köstliche Produkte für Sie. Als Service für unsere Gäste haben wir uns entschieden, Brot und Kuchen selbst zuzubereiten. Ein Urlaub ohne Spaß ist nicht möglich. Und aus diesem Grund können Sie auf der Hotelterrasse jeden Abend Live-Cooking und künstlerische Programme mit Musik aller Genres und traditionellen Tänzen genießen. An der Bar auf der Terrasse werden Ihnen den ganzen Tag über alkoholische und alkoholfreie Getränke serviert. Nach einem entspannten Tag am Strand können Sie abends im Hotelgarten ein gutes Glas Wein genießen oder an der Promenade des Mamaya-Ferienorts spazieren gehen. Im Hotel Victoria geben wir jeden Tag unser Bestes, um Ihren Urlaub zu einem Traum zu machen. Wir versuchen Ihnen ausgezeichnete Unterkunftsbedingungen, verschiedene Gerichte für jeden Geschmack, hochwertige Getränke und viel Spaß zu bieten. Alles, damit Sie sich wohlfühlen. Probieren Sie eine neue Erfahrung aus und reservieren Sie jetzt Ihren Urlaub. In Rumänien im Hotel Victoria im Mamaya-Ferienort. Sie werden einen Ort entdecken, an dem Sie viele angenehme Überraschungen erleben werden. Wir heißen Sie herzlich willkommen!